Achtung, allesamt kehrt euch, ich probiere etwas. Ich will jetzt in leichter Formation marschieren, das heißt jeweils, wenn euer Votermann losläuft, wartet ihr, bis ihr zweimal einen Abstand habt und dann lauft ihr los, ok? Und die leichte Formation, äh, die leichte Linie im leichten Tempo vorwärtsmarsch. Du Krieger, du bist ja direkt hinter mir, oder? Dann gehe ich hier kurz auf, und du machst weiter. Ok. Gleiche Formation, Rechtsstaffeln. Und im schnellen Tempo wechseln. Nicht gerade, das Schönste des Schönstes. Und leichte Formation, Rechts von mir halten. Wenn angekommen, dürft ihr euch hinknien. Im PTS? Ja. Ist das live, oder? Nein, noch nicht. Allemann, Rechtsum. Leichte Formation, mir nach. Leichte Formation, links bilden. Allemann, links um. 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 Und Allemann, links um. Und gestaffelt vor, rücken von der Mitte aus. User joined your channel. Allemann, links um. Wechseln. Er ist kurz auf K. Was gibt es? Braucht er zusätzliche Mann für das LP? Kannst ruhig kommen, wir haben nichts dagegen. Passwort und alles ist in der Channel Beschreibung. Habt ihr noch Platz für einen? Ja. Noch einen? Immer. Okay gut, ich frage den kurz. Okay. User left your channel. Hockt euch hin, Freisfeuer auf die Freikopps vorne. Wenn ihr sie nicht seht, schießt einfach in die Mitte da. Husser! War klar, dass ich getroffen bin. Hui. Wer übernimmt? Ja. Ist Fabi da? Ja. Fabian, du bist. User was moved to your channel. Das ist wahrscheinlich dann weiter Freisfeuer. Oder sind die Krieger, sie stehen wieder noch? Es ist noch. Einer ist noch da. Obwohl, es können noch zwei sein. Nein, es ist nur noch einer. Buddy disconnected from your channel. Nice. Okay, dann nach dem Nachhinein Schuss halten. Okay, dann nach dem Nachhinein. Was? Linie vorwärtsmarsch Seid ihr eigentlich gerade? Ich kann es sein Mach rück weiter Fabian Wir haben gerade eine Linie zerstört deswegen Leichte Leichte gestapelt rechts von mir Ach man Sich ein Halt In dir die Vorläufe Und preis weiter Mikrofon Mikrofon Trommspasten Du lebst das auch so Keine Angst Warband löffelt ihr Warband löffelt ihr Na toll Ich glaub den Invites hat das nicht gefallen Okay Äh Gestapelt folgen und los So Da ist kein Gegner mehr bei der Arti Stell dann rechts von mir ein War von einer Kartetsche angeebtet Sind die jetzt da hinten bei unserer alten Arti Stellung? Nein Die einzigen Gegner eigentlich noch da sind Ist die feindliche Kaff und deren Arti Stellung Achso Die Kaff kriegen wir hin und die Arti am Ei auch Ich meine Letzte Runde haben wir auch geschaut Ja Und wenn ihr auch unterstützt Weil dann müssen noch mehr Abstände rein Leute Noch mehr Abstände Sind ja live stehen Okay äh Stapelt sie mal rechts von mir 2 Kanonen schießen jetzt Stapelt rechts von mir Das nehmen wir noch ein Stapelt Die besten Männer werden immer zuerst erschossen Was? Leider Beziehungsweise Ich nicht Ich nicht Und du Haben sie die Kartetsche schon geladen? Krieger schoss Krieger Kannst du mir sagen ob die Kartetsche geladen haben? Ja Und die beiden Kanonen rücken jetzt hin und jetzt schießen die Achtung Kaff kommt von rein Gut Leute dann Bergsturm ihr wisst wie es geht Die Hälfte links der Hälfte rechts rum und ein Charm Achtung Kaff 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 Gut dann verteidigt euch in Nahkampf gegen die Kaff Rottet euch zusammen wenns geht Ohi Ich muss ja das auch aufleihen Wieso? Warum musst du irgendwie immer zum Eventzeit aufleihen Zum Eventzeit Ja Weil das halt so ist Ja wir verlangen Runde Mit irgendwann Eltern Das sagen sie alle Ja wenns so ist kann ich doch nicht ändern Ja komm was schon Alter ermöglicht dir da einen schönen Abend Und man sieht's nicht morgen Ja Jo tschüss Und wir machen dann erst Das ist eins gegen Franzosen Body disconnect Okay genau das wollte ich nur fragen Genau Und Freitag kommt der LHR Line Battle Und ich werde versuchen soviel aufzählen wie möglich von all dem Und ich werde versuchen soviel aufzählen wie möglich von all dem Oh Und der Ramon Hallo Hallo? Ich kann mich die runterlegen. Hä? Blöde, wir gehen hinten heraus, erneut. Hinten heraus, naja. Ich dachte kurz, ich bin ausgetimt. Gut, dann hätten wir jetzt die Läden informieren. Ich muss heute nicht schlafen. Wir haben einen AFK, nee, wir haben zwei AFK. Ja, Respekt. Fabian, bewegt dich, Krieger, bewegt dich. Ich hab nur trotzdem ständig die Zeit. Unter ihr ist jetzt auch noch mal AFK. Boah. Dann werden wir die ganz rück stehen. Achtung, noch One Wizard. Ich bin nicht unnötig C-Spam, das ist ziemlich nervig auf die Zeit. Wir zeigen nur unseren Stolz und unsere Loyalität. Achtung, allesamt kehrt euch. Die leichte Linie im Ordinärschritt vorwärts Marsch. Zwei Malen Abstand zum Vordermann immer. Das heißt, er läuft erst los, wenn der Zwei Malen Abstand zum Vordermann hat. Wenn das nicht gegeben ist. Und zum Geschwindschritt wechseln. Der Laufschritt meine ich, pardon. Gut, okay, ähm. Wir bleiben jetzt hier erstmal hinter dem Hügel bei der Artillerie. Der hat gesagt. Ja. Was soll denn der? Wir gehen links hier raus. Formieren. Welche Einheit? Die vorletzte Einheit. Killer Gocke, Heckenschütze, Fabian, Gunter Igel. Was soll denn das? Das habe ich gemeint. Wenn man alle 10 Sekunden AFK singen muss. Ich meine, wenn man mal AFK ist. Das kann ja mal passieren. Das ist kein Thema. Aber dann so alle 5 Sekunden, das ist nervig. Und die leichte Linie im Laufschritt vorwärts Marsch. Dann die Zweimann Abstand zum Vordermann. Und die leichte Linie links stacheln. Ja, Achtung, jetzt kommt ein leichter Rechtsschwenk. Leichte Formation. Rechts von dem Bild. Du meinst links, oder? Links, oder? Ich wollte links sagen, aber ich habe rechts gesagt. Gut. Rechts ist eigentlich sogar noch optimaler, wie mir gerade auffällt. Ich bin da etwas besser vom Übel geschickt. Ähm, die gegnerische Artillerie besteht aus 2 Kanonen. Unsere ebenfalls. Also so wie die Runden davor. Wie die Runden davor. Unsere Usaren haben sich rechts platziert. Mit der rechten Flanke. Die gegnerische linken Flanke ist halt deren Artillerie. Der Rest hält sich noch versteckt. Genauso wie wir das tun. Ein bisschen hingehen bitte. Das wäre optimal. Einmal. Ich würde es einfach mal erst aufkommen. Eine Y-Taste geht nicht. Einmal. 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 Ich verschleifte die linie im Laufschritt. Vor colleg. Einmal. Mach einfach clef in contrario. Einmal. Einmal. Unmокой. nochmal. Aber das kann passieren auf die Entfernung. Wenigstens beim Nachladen nicht vergessen. Oh, mit der Pistole. Siehst du, erwischt immer gleich den Rücken. Jawohl, gut gemacht. Sie ziehen sich zurück. Das tun wir auch. Allesamt, kehrt euch. Zurückziehen. Leichte Formation links von mir bilden. Und wenn angekommen, kehrt euch. Jetzt kommt die Freikorps auf unsere Art zu. Auf jeden Fall ziehen sich die Hussanen rechts wieder zurück. Ja, wir haben viele Verluste. Arzt weckt. Aber sogar einen auf größte Entfernung mit der Pistole niedergestreckt. Die Schwarz auch nicht. Ja, du bist aber auch Franzose. Aber Jackson, das größte Problem ist ja, dass unsere Artillerie schussunfähig ist. Eine Sekunde AFK. Eine Sekunde AFK. Okay. Fabi, übernimm. Super Klingelton. Hab ich auch grad so gedacht. Fabi, rechts sind da die Freikorps. Ich weiß, ich seh sie. Aber wenn ich auf Bügel gehe, dann wird man die ganze Zeit von der Art zu beschossen. Über links. Also, warte. Ja, zumindest da kommt jetzt die Garde. Also wär gut, wenn du jetzt vorgehen würdest, damit du mal auf die Freikorps schießt, damit die drei Männer bei der Art nicht zu allein gelassen werden. bei die werden jetzt getötet. Okay. Gestaffelt, vorrücken und los. Und... Halt. Ducken und freisfrei auf die Freikorps nach vorne. Achtung, von links kommt jetzt... So, wieder da. Sorry, ich habe einen... ...unerwarteten Anruf. Rechts ist die leichte, links ist die Garde. Ca. 10-20 Mann. Und ja... 10-20 Mann. Ihr seid... Schießt bitte auf die Freikorps. Jawohl. Trägt sie nieder. Schade moment. Trotzdem los, Leute. Trägt sie weg. Sie sind jetzt fast vor uns, ne? Sie sind direkt rechts von euch, ne? Also... Kann jemand in den Chat schreiben, dass die zweite Garde jetzt flankiert wird? Schreibt mal jemand rein, zweite Garde hinter euch, bitte. Leute! Fabian! Leute! Ich hab gerade einen Ping genießt. Ach, warum in den Aufruf? Fabian, du bist echt das intelligenteste Kind. Boah, ich hab jetzt unter Druck geschrieben. Fabian? Unter Druck, ja. Würfen wir uns neu formieren? Ja. Leichte Linie links von mir bildet, das freies Feuer. Achtung, jetzt kommt noch die Husan nach. Sind die hinter uns? Nein. Nein, die kommen jetzt von rechts nach. Das sind fünf Stück. Aber warte, ich glaub einer hat das von... Das sind die Verbündeten. Nein, das sind die Verbündeten. Alles easy. Das ist das freie Feuer abbrechen. Dann das freie Feuer abbrechen. Wir warten bitte kurz. Rechts herum, allesamt im Laufschritt vorwärts marsch. Also ich bin ein Unmensch, deswegen allesamt vorwärts. Nein. Leichte Formation rechts von mir bilden. Freies Feuer. Rechts von mir bilden. Warte, das ist ein Witz, oder? Sitz. Der dort rum sitzt. Weiß Feuer abbrechen. Okay. Das war's mit dem Kollegen. Einer übrig. Einer ist hinter euch noch. Allesamt nachladen. Hinter euch. Gehrt euch. Gehrt euch. Gehrt euch. Weiß Feuer. Er ist hinterm Busch. Komm, wir kriegen den letzten Kill. Er versteckt sich im Busch. Knapp. Bleibt hier in der Formation. Er kommt in der Zettel. Er kommt in der Zettel. Gut gemacht. Fix. Gut gemacht. Gut, dann. Komm. Komm. Ähm. Also. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass Krieger jetzt kurz übernimmt. Weil ich gerade wieder angerufen werde. Danke. Leute. Peter, weg da. Okay. Linie rechts. Vorne raus. Mir nach. Ich hab das Fernland in der Hand. Einfache Linie bilden, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Sind hier viele. Leichte Formation rechts stattfeln. Leichte Formation. Leichte Formation rechts von mir halten. Kniet nieder. Transfer athlete. Nach comprafter. vers teste mit ihm. � mejor. Dank. Ja. Bitte irgendwelche Geräusche von irgendetwas einstellen. Wenn ihr irgendetwas sieht, was feindlich ist, bitte melden. Und Fernkampfmodus auswählen. Alle meinen links um. Gleiche Formation mir nach. Alle Mann einen C. Leichte Formation links Staffeln. Achtung, Rechtsschwenk. Und leichte Formation links von mir halten. Nein. 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 Herzlich Willkommen zum Event der Königlichen Unglaublichen Insurruption zum Mittwoch beim S.H.H. Nr. 16. Leinberg. Wir stellen heute leichte Infanterie. Wir werden in dieser Position. Wir werden in dieser Position. Wir werden in dieser Position. Hörer. Wir werden in dieser Position. Wir werden in dieser Position verursachen. Wir werden in dieser Position. staffeln los renn schneller die kanon schießen gerade nicht also nutzt es achtung links schwenk alle meinen leichte formationen links von mir halten und kniet nieder wenn ihr einen feind zieht dürft ihr schießen bts ja die art hat eine gute position alle mann gestaffelt vorwärts und marsch rechts oben auf den berg fallen recht zum feinde die freikorpsen oh hier ist die gerade links um einen rein bereit machen wir gehen jetzt in den nahkampfmodus alle mann weiche die schüsse aus und charge 4k 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 5 4 5 6 6 6 Ich kämpfe zusammen. Ach man, ich wollte noch zu meinem Verbindeten fliegen. Was? Die Mann ja da, oh man. Immer wieder Rückzug antrittst. Immer auf dem Rückzug, was? Ich hatte einen taktischen Rückzug, um mich bei den Verbindeten wieder einzugliedern. Eine Frage, Leute. Hattet ihr eine Ahnung, wo die Freikorps sind? Weil hier sind keine Freikorps im Gegner-Team. Die sind aber lang gelaufen. Vielleicht sind sie ja schon lange tot gewesen. Die sind an uns vorbeigelaufen, wie wir Richtung Garde gelaufen sind. Ich fand das nur so richtig scheiße, dass ich mir nicht mal einen Schuss verschießen konnte. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und deswegen wollte ich mich eigentlich... Wenn ich auf einmal vor der Garde stehe, da ist es halt etwas komplizierter, noch eine leichte Formation zu bilden und dann noch einen Schuss abzugeben. Guck, Hossamacht, wir können uns gleich erst zurücklaufen und dann... Ne, er liegt nach. Wir hatten ja schon mal einen Rücken geschossen. Wir hatten ja schon mal einen 1-2-1 gegen die... Ne, das war gegen die sechste Garde. Ja. Beziehungsweise trotzdem hatten wir schon mal so eine ähnliche Situation, wo sie uns dann hinterher gelaufen sind und dann einfach in den Rücken geschossen haben. Ich guck erstmal ein Hossar zu. Der ruft zu Hossar, das find ich nicht. Ist Hossar hier auch drauf, oder was? Hey, er verändert. Wartet, wer es ist. Ja, ein Invade Name 20. Name 20. Best Name ever. Best Name ever. Ach, das ist... Ja, ich wollt schon sagen. Ja, siehst du doch an sein Aussehen. Mhm. Ich such ihn gerade. Guck, du nervst die ganze Zeit. Du willst die ganze Zeit nur letzter sein. Ja, dann musst du... Dann sei du doch erst, da bist du auch was besonderes. Aber ich hab mehr Rechte, ich bin gefreiter. Und? Ich hab... Aber ich hab mehr Rechte. Mehr Rechte. Und trotzdem hat Jacks Namen. Ich hab mehr Rechte... Aber du hast mehr Rechte, als die alle zusammen. Leute, Leute, Leute. Ich möchte nämlich hinten mal laufen. Ich hab mehr Rechte, als die alle zusammen. Er wird sich immer ganz hinten verstecken. Fahlan. Fahlan. Sag so ungern das Gegenteil, von dem was du behauptest, aber... Du hast nicht mehr Rechte, als wir alle zusammen. Well... Er hat dich wohl. Arndal- have mich ein Rang hinzugefügt. Welchen? J-Teater Rang. Nein. Bh... Nein. und vormeister und oberstabsorber warum haben wir nicht so welche Ringe wie Sturmoffizier oder so? das klingt schwul wir können ja auch so machen wenn du Zeiten wegkriegst dann heißt es jetzt nicht mehr Jacksoner und Adolf Hitler heißt Krieger nicht mehr also dann heißt er Goebbels er heiße ich weil jetzt kommt man schnell zu reden ne aber ok dann heißen wir nicht Kaka dann heißen wir SS Nazi 3. SS Regiment des Reich ja das Deutsch Reich nein so heißt es uns hey Fabian du bist Himmler ok wenn irgend die Leibstandarte Adolf Hitler also geht auch ach man Leute oder wir sind die Alliierten oh nein bläh ja süß hat da jemand schlechte Erfahrung in Company of Heroes 2 gemacht? ne ne ich hab das Spiel gar nicht hast du wohl aber da sind die Amis boah der kriegt Kratze bei denen alter ja Name 20 das ist so ein geiler Name den ersten Weltkriegsmod besser nein wollen wir danach den ersten Teil spielen? ja gerne nein aber gemischt mit Teams bitte nein nein Krieger ist ja auch schlecht aber da muss ich mich und Killer Gucke ja wenn ich mit euch mitspiele musste ich mich über meinen anderen Account anmelden da musst du mich noch adden ja und du addst einfach Krieger oder so Account ja ich musste mir darauf Company of Heroes kommen weil ich auf diesen Account Company of Heroes kaputt gekriegt habe toll gemacht hä? hat ihr das auch gerade? seid ihr auch alle rausgeflogen? ja ähm ich glaube ich habe den Server abgeschmiert ja super geil ich gehe auf Killbox ähm gut job alle sofort wieder was anderes ja sorry das Server ist einfach ja nein alle gehen jetzt erstmal auf Killbox bis das hier ja ich kriege ja nicht auf jeden Spiel irgendwie schlecht ich geh jetzt auf Killbox 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 Scheiße ey kriegt ihr es wieder hin oder kann ich sagen ich kann nicht sagen ob der wiederkommt wir hosten den Server nicht okay ähm wir werden auch bald auf jeden Fall anderen Servern die Kaninchenwelle stürzt ständig ab okay oder ja okay ja ist wie ihr wollt ob ihr das jetzt noch weitermachen wollt für eine Viertelstunde oder ja ob ihr das absagen wollt ist eure Entscheidung wir können ja mal gucken ob der Server wieder da ist weil ich würde gerne noch zwei Runden spielen können ja das ist jetzt meine Ansicht bis jetzt ja am Anfang war es chaotisch weil die Seventies Third dann erst nicht gekommen ist ähm dann haben wir versucht die Hälfte von uns abzugeben und da die Kavallerie zu stellen dann sind sie doch gekommen ja im letzten Moment ich hab schon gesagt wenn ihr jetzt nicht kommt dann fangen wir ohne euch an äh äh gut stupst du mich dann an ja mich auch ja ja mach ich stupst du dann einfach an wenn irgendwie ist aber wieder da oder sonst was warte noch so was ist so einfach an wie bleibt raus nein okay dann bis später so kommt doch auf Killbox nein versuchst du nicht lass uns doch Killbox spielen user left your channel nice so leider ist jetzt der Server abgeschmiert ich hab keine Ahnung ob er wieder da gibt's keine Verräterinwalt nein ihr habt mich in den Stich gelassen ja wenn er wieder an der Erste nehm ich wieder auf na glaub ich ja weniger für mich gibt's nämlich kein Zurück du der 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 du der du